Wir, das ist die Familie Müller, sind eine traditionelle Weinbaufamilie in Spey am Rhein, im Herzen von Mittelrheintal gelegen. Wir verbinden Tradition, was bei uns den Erhalt von Wissen, aber auch handwerklichem Geschick von Generationen bedeutet. Gerne mit moderne und Neuerungen. Wir probieren viel aus, experimentieren und wollen alles erreichen, um die Zukunft für uns, aber auch die nächsten Generationen zu erhalten. Das heißt im Weinberg, aber halt auch in dem Qualitätsstreben, das jeden Tag unser Werken prägt. Wir bewirtschaften 14 Hektar innerhalb des Bopperterham. Dieser bildet die größte zusammenhängende Rebfläche im gesamten Mittelrheintal. Er ist an der größten Meanderschleife des Rheins gelegen, wodurch sich ein reiner Südhang ergibt. Gleichzeitig haben wir ausschließlich Steil- und Steißlagen vorzufinden. Das ist qualitativ gerade für den Riesling eine ideale Voraussetzung, um höchste Qualitätsansprüchen zu genügen. Das prägt auch unser tägliches Handeln im Weinberg. Wir sind vollkommen fokussiert, das Beste herauszuholen aus unseren Weinbergen an Qualität und gleichzeitig die besten Bedingungen und nachhaltigen Situationen für unsere Weinberge zu schaffen. Unser Handeln wurde 2006 mit der Mitgliedschaft im VDP bestätigt, was uns allerdings immer weiter antreibt, Jahr für Jahr an der Qualitätsschraube zu drehen, um auch noch das Beste aus den Lagen herauszuholen und die Einzigartigkeit des Bobbertham wieder zu spiegeln. Jeder Weinberg ist anders, jede Lage ist anders und genauso arbeiten wir dort. Wir arbeiten individuell, weil wir denken, dass jeder Wein, der dort wächst, individuell schmeckt. Genau das ist unsere Leidenschaft herauszuarbeiten. Jeder Arbeitsschritt und jeder Handgriff führt uns in der Summe zur Traubenlese, dem Höhepunkt, bei dem wir keinen Kompromiss eingehen. Wir wollen das Beste, das beste Lesegut nach Hause bringen. Dafür haben wir viele fleißige Hände und ein richtig gutes Team, um genau das zu erreichen, was wir uns aus dem Steilhang erarbeitet haben. Wein entsteht draußen und mit moderner Technik und mit viel Geduld im Keller bringen wir den Charakter der Weinberge in die Flasche. Wir arbeiten hier alle mit der Familie zusammen, wo wir die gleichen Visionen haben, aber eben auch alle aus diesem Fachbereich kommen, so dass wir uns immer zusammen austauschen können, neue Ideen entwickeln können und eben auch alle zusammen in genau diese Richtung schauen, wo wir eben hinkommen möchten und was wir erreichen möchten. Wir packen unser Handwerk gemeinsam mit unserer Heimat in die Flasche und erhalten so einen flüssigen Botschafter für unsere Region in Mittelrhein. Wir haben hier das Privileg, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Daher freuen wir uns ganz besonders, wenn Sie uns hier im Weingut in unserer schönen, modernen Winothek besuchen, besonders zu einem Genussevent oder zu einer Weinprobe hier vor Ort und diese Atmosphäre, die hier herrscht, einfach vollends genießen zu können. Vielleicht lernen Sie dabei, den Riesling hier vom Mittelrhein so sehr zu lieben, wie wir es tun. Okay. Wow. öfter Blumen so So. So so So